Eine kleine Heilung. So, nach dem Motto hier. Schnauze. Okay. So, jetzt keine Eins, wenn's geht. Ach gut. Eine Fünf ist vollkommen akzeptabel. Nero, ärgere dich nicht. Erfolgreich abgeschlossen. Super. Find ich schon mal nice. Jetzt müsste ich nur die Tür wiederfinden. Da ist er. Okay. Oh, oh, oh. Das Aufbewahrungssimmer. Das wird echt unlustig. Ich seh's schon kommen. Oh. Was ist das? Eine Klinge? Was ist das für eine Klinge? Oh, oh. Da, 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 da ist er. Wir, wir, wir haben ihn gefunden. Du bist. Ja. Just as I'd expect it. Ah, okay. Who the hell are you? I am Agnes. Agnus. Was können Sie sagen? Sehr viele ab... Privy. W-w-w-wissen von mir. Scheiß Übersetzung, ganz ehrlich. Scheiß Übersetzung, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Toll. Ganz viele Schwerter. Ach, das mal ich schon. Ja, auf jeden. Na toll. Da, 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 dead. Da, da, dead. Okay. Komm. Und rein damit. Und rein damit. Und rein damit. Wumm. Ich bleib hier jetzt extra. Autsch. Autsch. Und rein. Oh, das zieht so verdammt wenig ab. Autsch. Autsch. In der Luft bin ich noch angreifbarer. Das ist echt unnice. Rein damit. Und zack. Autsch. Ich sollte darauf echt mehr achten. Aber egal. Ha, ha. Ihr wischt mich nicht. Ha, ha. Ihr wischt mich nicht. Nein. Mist. Ich wollte genau in dem Moment. Ach, komm schon. Hallo. Hallo. Und rein damit. Und rein damit. Ey. Boah. Ey, warum immer so knapp? Weißt du? Auf die, man. Keine Ahnung. Oh. How magnificent. Okay. Did you even hear me? If you want to answer the subject, then I shall give them to you. It has only been a few years since I began this research. Could we isolate and find the money? Oh mein Gott. Es sind da auch nur über wahnsinnige Leute. Oh. Reborn. Oh mein Gott. Auf jeden. Klar. Von wegen. Ich hau dir jetzt sowas von in die Fresse, Junge. Autsch. Oder auch nicht. Das hat weh... Oh. Das hat wehgetan. Mmh. 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 Zuck. So was you. You made the gate. Yes, yes, the hell gate. I created it merely as a reference, a substitution of real. But after utilizing an extremely powerful devil's arm. Er kann sich aber auch nicht entscheiden, ob es leicht oder schwer ist. Oh. Das tut weh. Das ist echt unangenehm. Nein! Das ist doch voll fies. Das ist doch richtig fies, ey. Oh, nein. Nein! 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 Oh Gott! Das ist true demon power. Rob the world! Der Controller geht gerade gar nicht drauf, kommt gar nicht drauf, klar? Zack. Bam! What is that power? Ja, die Cutscenes sind ein bisschen lang, zum Teil. Sehen wir ihn, den Geist von Yamato. Boah. Boah. Rote Augen. Er wirkt ein bisschen böse. Oh mein Gott. Daneben. Zielsicherheit lässt grüßen. Nein, ist es nicht. Nein! Immer noch nicht. Boah. 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 Das war's jetzt erstmal. So mit dämonischen Kräften und so. Boah. Boah. Wo ist eigentlich sein Schwert wieder? Lach doch, Junge. Lach doch. Hm. Oh weia. Das Schwert von enormer Zauberkraft, das Nero neue Kräfte verleiht. Yay. Achso, ja. Das wusste natürlich niemand. Nur ich. Ich bin halt Special. Okay, hier kann ich nichts kaputt machen. Und da sind irgendwie keine Löcher, obwohl ich da reingebohrt wurde. Das ist aber sehr, sehr merkwürdig. Zack. Okay. Wie man mit einem kleinen Knöpfchen die Elemente bändigt. So nach dem Motto, Elemente bändigen. Oh. Rein theoretisch müsste das Wasser jetzt überlaufen, aber egal. Das sind alles so Dinge. Die sind sowas von nicht wichtig. Oh mein Gott. Super. Okay. Rennen wir etwas schneller als normalerweise die Treppen. Engelserschaffung. Oh, ich hab immer noch. Ich bin immer noch nicht mehr. Ha. Ah. Okay.